Ja, es drückt dir einfach ein Tränchen ins Auge, du denkst, es ist unmöglich, ein Traum wird wahr und das Unmögliche hast du möglich gemacht und jetzt sind wir da, bei schönstem Wetter, angenehmer Wind, super Leute, wirklich super Leute und wir sind am Setzen, glaubst du das nicht? Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Momentweise weiss ich wirklich genau, was mir am besten passt. Ja, bergeleute und slackline. Es war nie so, dass man jetzt irgendwie Druck hat, dass man jetzt irgendwas müssen machen. Es ist voll egal. Es ist einfach eine gute Atmosphäre. Es ist super cool. Es ist wichtig, uns zu finden, die Pleasure zu finden und einen Sinn von Calmness und Happiness within all das. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das machen kann. Und dann machen wir das. Es geht um nur zu sein, also zu sein. Also zu sein, dass wir uns selbst auch in dem Moment, dass wir nicht am besten sind, in dem Moment der Schwierigkeiten. Es ist eine gute Leistung für wenige. Und die Fordergrund ist... Es ist ein bisschen Angst, weil es ist lang und es ist groß und... Auf der Linie, du bist alleine. Der Aktiv Salon, aber mein Gefühl, wie eine Person, wie mein Traveil auf der Linie, ist immer mit allen Personen, die auf dem Projekt teilnehmen. Es ist mega meditativ, so zu laufen. Es ist einfach so ein super Flow. With love, inside. Breathe in, love and breathe out. Fear. And it's super nice for life. It's not just for practice like line and I have a goal. I want this now. No. It's step by step. It's balance. We have a goal also. But in a good balance. Das mag nicht durch. Und das zeigt eigentlich, wie die Bauern und wie authentisch so Gefühle sind. Alles andere ist mega. Und das ist das Wesen. Wenn meine Seele anfängt, lacht uns. Wirklich. Das ist das, was der Hut tut. Darum macht das ganze Zeug. Wirklich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020